So meine Lieben und damit er jetzt willkommen zurück beim Let's Play Minecraft. Endlich aus den Speedfolgen mal wieder fertig. Wir haben einiges zusammen bekommen. Da haben wir nichts mehr drin. Da haben wir nichts mehr hoch. Da haben wir auch nichts mehr. Okay, wir haben ja aus den letzten Speedrunden einiges, einiges, einiges zusammengekriegt. Kohle, naja, eine halbe Kiste. Redstone haben wir eine volle Kiste. Lapis Lazuli haben wir nicht so viel. Aber Eisen haben wir eine ganze Stange bekommen. Da kann man noch ein bisschen was zusammenkokeln hier. Und Diamanten haben wir einen Arsch voll gefunden hier. Richtig viele, finde ich richtig gut. Ich werde jetzt aber mal eins machen. Ich werde das Lagerhaus umbauen. Und so werden wir das Ganze ein bisschen umlagern. Dazu brauche ich erst mal Treppen. Treppen, hier Holz. Da brauchen wir Holz. Äh, Treppen sag ich, Leitern. Eine Axt haben wir noch am Stisse. Okay, so. Leiter, 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 Leiter. Und Leiter, so. Machen wir erst mal hier einen Durchbruch. Zack. So. Wupp. So. Jetzt werden wir das Ganze nämlich mal ein bisschen umdekorieren hier. Und zwar werde ich die Etage tiefer legen, dass wir nur noch zwei Kisten in der Höhe haben. Weil drei ist einfach, äh, zu viel. Da müssen wir, da wirst du bekloppt, bis du da hochgelatscht bist. So. Müssen wir mal gucken auf die Höhe der Treppen. Müssen wir dann die... Ach, scheiße. Hab ich ja ganz vergessen. Autsch. Ach hey, müssen wir alles noch umlagern hier. Kann man aber direkt mal anfangen. Zack. So. Ich will das Ganze nämlich ein bisschen umsetzen. Äh. Weil das geht einem immer auf die Nerven hier. Das ist immer so, wie ich hochregeln muss hier, um an die Sachen zu kommen. Und außerdem werde ich das Ganze mal ein bisschen thematischer sortieren. Zumindest probiere ich es mal. So. Das weg. Das weg. So. Jetzt kommen wir natürlich an die Steine ran. Aber okay. So. Was haben wir da drin? Erde. Müssen wir dann auch umsetzen. Müssen wir erstmal die ganzen Koppels umsetzen hier. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So. Warte mal. Können wir zum Beispiel die Kisten jetzt einstecken. Eine. Ja gut, langt. Das reicht erstmal. Ich will jetzt gerade mal umsortieren. Da kommen wir gerade mal die ganzen Werkzeuge hier. Alles rein. Holz alles rein. So. Dann können wir nämlich mal so weiter alles mitnehmen hier. Da können wir noch ein paar mitnehmen. Dann können wir die Kisten nämlich schneller umlagern dann auch. So. Voll. Ach, hier haben wir gar keine Kisten drin. Scheiße. Okay. So. Ich habe mir da was vorgenommen. Das weiß ich jetzt schon. Das wird eine heidene Arbeit. Aber. Ja. Machen müssen wir es. Das Ganze wird irgendwann sonst zu unten übersichtlich. Wenn ich die ganze Zeit so hier die Kisten aktivieren muss. Wissst du, kriegst du dann auch einen Föhn. So. Kiste reicht gar nicht. Dann mal noch Seeds. Die können wir auch umsetzen. Ach, hei je. Da beißt sie in der Nase. So. Okay. Jetzt komme ich an die Steine ran hier. Verdammt. Also an der Axt nehmen wir noch mit. Warum denn der Angefangene hier? So. Bevor die ganzen Steine jetzt nämlich verfallen. Weil die despawnen ja auch mit der Zeit. So. Scheiße. Da komme ich nicht ran. Haben wir schon Erde drin? Ne. Gut. Bauen wir das ab. Bevor das jetzt auch verfällt. So. Huch. So. Da haben wir. Erde drin. Nicht gerade wenig. Da haben wir noch ein paar Kobbels drin. Was haben wir denn da drin? Gar nichts. Können wir auch direkt wegbauen. Autsch. Okay. Also an Kisten funktioniert das nicht zu schleichen. Okay. So. Hier noch ein paar Kobbels drin packen. Zack. Ganze Holz können wir hier reinschmeißen. Die Truhen behalten wir. Die kann man drüben gleich wieder hinsetzen. So. Kann mir nämlich gleich ein paar Drohnen reinhämmern hier. Zack. Zack. So. Dann machen wir hier mal noch. Ach hier ist voll. Alter wir haben so viele Steine. Das ist Wahnsinn. Gut. Wir haben alle hin von den Minentouren einen Arsch voll abgebaut. Kann man gar nicht glauben wie viel das ist hier. So. Machen wir die mal weg hier. Ich mach jetzt erst mal komplett alles weg. Ähm. Und bau das Ganze dann dementsprechend um hier. Also die Kobbels kommen noch da drüben. Er hat noch aber mehr Kobbels. Oder nicht alles hier. Drüben hatten wir doch auch. Ah genau. Siehst du. Na ja. Hat nicht ganz so souverän funktioniert. Aber. Was soll's. So. Die ist leer. Guck mal. Kann man direkt mal abrupfen hier. Zack. Okay. Das ist gerade richtig high wie Metal Hardcore Mucke hier. So. Müssen wir das ja alles umlagern. Ach du Scheiße. Was hab ich mir da vorgenommen. Ich hab noch in ihren Case drin da. So. So. Da können wir jetzt schon hoch. Verdammt. Kaffee im Gepäck. Ach du Scheiße. Da haben wir noch ein bisschen was drin hier. Okay. So. Die kriegen wir nicht leer. Die kriegen wir auch nicht leer. Scheiße. Okay. Dann machen wir immer noch eine zweite Kiste hin. Dann können wir den ganzen Ramsch hier mal noch reinschmeißen. Dann können wir die Kiste auch tatsächlich leer machen. Dann können wir hier nämlich anfangen die Erde rein zu packen da. auch schon wieder leer. Auch schon wieder leer. Na das ist okay. So. Dann fangen wir hier Erde an. Zack. So. Huch. So. So warte mal. Kleine Sekunde. Ich bin gerade heimlich noch ein Brot nebenher am Essen. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Dann schmatze ich euch die ganze Zeit die Ohren voll. Du kannst nicht fühlen. So. Aber wir haben es jetzt auch gleich. Erde. So. Ich hätte natürlich auch die Rucksäcke mitnehmen können. Aber dann hätten wir alles dreimal umpacken müssen. Wäre ja Blödsinn. So. Eine große Sandsammeltour müssen wir unbedingt mal noch machen. Damit wir die Pyramide weiterbauen können. Die haben wir ja immer noch stehen. Hm. Müssen wir auch mal noch gucken. So. Okay. Da hinten haben wir noch Kissen oben. Die sind aber leer, soweit ich weiß. In dem Sinne noch recht entsinnig. Letzte Aufnahme ist doch schon ein Stückchen her. Aber ich bin mir sicher, die sind leer. Ja. Sind leer. Okay. So. Und da gibt die Axt auch schon Geist auf. So. Und wir sind da drin. Ähm. Die Axt. Hab ich das Lazzuli. Ich meine nicht so viel. Das werden wir natürlich auch umsetzen. Habe ich mir alles ein bisschen anders überlegt. Wie wir das machen, das Ganze. Werden wir alles umpacken. So. Ich will das Ganze nämlich ein bisschen thematischer sortieren. Damit man es ein bisschen einfacher findet dann nachher auch alles. So. Jetzt sind wir noch mal ja den ganzen Arsch voll hier. Da machen wir es aber einfach mal um Platz zu sparen. Machen wir da mal wieder komplette Blöcke draus. Nachher für die Kissen frieben wir es dann wieder voneinander. Aber. Ja. Das bringt uns im Moment so gar nichts. Das bringt alles nur Platz weg. Und wir kommen nicht vorwärts hier. So. So. Okay. Eisen machen wir das selber. Redstone wird dann spaßig. Aber so können wir das Ganze schneller transportieren. Weil die Schätze zum Beispiel will ich nach oben legen. Dann in die nächste Etage. Und. Ja. Wenn wir das. Alles hier als volle Stacks umsetzen müssen. Dann. Werden wir gar nicht mehr fertig. So. Redstone. Das wird jetzt lustig. Okay. Aber das machen wir jetzt nur einmal. Wir werden das nämlich dann gleich einrichten. Dass wir das gar nicht erst wieder. Groß umbauen müssen. Es ist zwar nicht besonderlich spannend. Was wir jetzt dann machen werden. Die ganze Umbauerei und alles. Aber. Ja. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Wie wir das Ganze dann handhaben werden. Lasst euch mal überraschen. So. Ich knabber hier mal heimlich mein Brot weiter. So. Siehst du. Wir haben schon wieder. Achso. Warte mal. Wir haben wieder eine ganze Menge an Platz gespart hier. So. So. Können wir das direkt mal wieder mitnehmen. So. Okay. Fällt mir vor Schreck schon ins Essen aus dem Mund. Das geht leider nicht. Dass man die komplett neuerweise da oben reinsetzen kann. Finde ich ein bisschen doof. Könnte man mal noch fixen. Aber okay. Okay. So. Oder gibt es da auch noch etwas in Kombination? Ne. Nur zum Wegschmeißen. Huch. Hat ja prima funktioniert hier. Okay. Ah. Wegen einem Stück hier. Das langt nicht. Na ja. Okay. So. Na. Kriegen wir noch ein Bleckchen raus. Okay. So. Was ist denn das hier gerade für eine Epic Trance Hardcore Mucke? Dubstep. Ah. Okay. Gut. So. Kohle müssen wir dann auch umlagern. Fupp. Die ganze obere Etage. Müssen wir alles rausreißen. Die Schatzkiste müssen wir umlagern. Die Dekokiste. Brrrr. Habe ich mir was vorgenommen. Aber okay. Es wäre irgendwann so oder so fällig gewesen. Von daher. Ja. So. Weil wir das jetzt von den ganzen Redstone zum Beispiel zusammengefasst haben. Sparen wir jetzt einen Haufen Platz hier. Dann können wir jetzt gleich mal einen ganzen Haufen mehr an Sachen mitnehmen dann. So. Machen wir die Kohle mal noch raus hier. Zack. Die Kisten und die Treppen auch mal noch weg. Wenn wir das Ganze mal dementsprechend umdekorieren. Und mal schauen wie es wird. So. Ah. Die Kisten müssen wir auch noch leer machen. Die haben wir leer. Die haben wir leer. Die Zutatenkiste. Das ist natürlich ein Haufen Zeug jetzt. So. So. Okay. Raufen wir auch gleich mal weg. So. Ach ne. Die Kisten. Na gut. Ist jetzt egal. Hätten wir stehen lassen können. Aber okay. So. Na warte mal. Wir bauen sie wieder hin. Die können wir ja lassen. Die passen ja. So. Hier können wir nämlich die ganze Erde reinpacken dann. Oh. Hier ist voll. Oh. Hier ist auch schon voll. Na. Ist okay. Truhe. Truhe. So. Den ganzen Rest machen. Packen hier. Zack. 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 So. Okay. Dann noch eine ganze. Ochs. Alles noch. Koppel. Tatsache. Alter. Naja. So. Da haben wir noch. Kiste. Wupp. Rind damit. So. Koppel. Ich bin schon völlig perplex hier. Das ist. So. Die Treppen noch weg hier. Das noch weg. Das noch weg. Das Schild noch weg. So. Na. Dann haben wir es ja gleich. Dann haben wir die Kisten ja gleich so weit. Ausgeräumt. Umgeräumt. Wie auch immer. Dann bauen wir die ganzen Etagen mal um. Vielleicht sie unserer Reihe voll machen. Hier haben wir noch Seeds drin.